Freunde, das Samsung Galaxy Z Flip 4 ist da. Das ist das Gerät, worauf ich mich persönlich in diesem Jahr am meisten gefreut habe. Wir packen das Gerät jetzt gemeinsam aus und schauen es uns einmal genauer an. Und los geht's! So, und hier haben wir das Galaxy Z Flip 4. Ich habe mir das in der Basisversion mit 128 GB und in der Farbe Pink Gold gekauft. Dann wollen wir die Packung doch mal öffnen. Ah, ich sehe schon, in dem Deckel ist auch der Papierkram mit drin. Da habe ich jetzt keine großen Erwartungen, dass da irgendwas Wunderbares drin ist. Wir haben ein USB-C auf USB-C Kabel und den Papierkram. Das ging flott, das kann weg. So, und dann haben wir hier das Gerät, was wir jetzt direkt mal aus der Verpackung holen. Und dann wollen wir das Z Flip 4 doch einmal von dieser wirklich fürchterlichen Folie befreien. Die Farbe Pink Gold ist wirklich ein sehr dezentes Gold. Es ist eher so ein Cremefarben und es sieht noch schöner aus, als ich es mir vorgestellt habe. So, dann machen wir hier die Sticker noch ab und auch die ganzen Plastikfolien, die da drumherum an dem Rahmen aufgebracht sind. So, nachdem wir diese erste Hürde genommen haben, wollen wir uns das Gerät doch mal genauer ansehen. Das Galaxy Z Flip 4 kostet 1099 Euro und ist nochmal 50 Euro teurer geworden als der Vorgänger. Apple hat in diesem Jahr ca. 100 Euro auf alle Modelle draufgeschlagen. Es war auch nichts anderes zu erwarten. Das Gehäuse besteht aus Corning Gorilla Glass Victus und ist auf der Rückseite mattiert. Der Rahmen besteht aus Amor Aluminium und ist jetzt glänzend und nicht mehr matt, was meiner Meinung nach dazu führt, dass das Gerät nochmal hochwertiger aussieht. Das Galaxy Z Flip 4 verfügt über ein 6,7 Zoll 120 Hz AMOLED Display und etwas kleinere Displayränder als noch der Vorgänger. Alle anderen Maße haben sich im Vergleich zum Galaxy Z Flip 3 nicht verändert. Es ist noch genauso handlich und leicht und passt in jede Hosentasche. Das Galaxy Z Flip 4 ist IPX8 zertifiziert, also vor Wasser geschützt bis 1,5 Metern für satte 30 Minuten, ist allerdings nicht gegen staubimmun. Wir haben im Vergleich zum Vorgänger eine etwas bessere Kamera. Wir haben eine 12 Megapixel Weitwinkel und eine 12 Megapixel Ultra Weitwinkel Hauptkamera und eine 10 Megapixel Frontkamera. Außerdem haben wir mit 3700 Watt einen etwas stärkeren Akku als noch beim Vorgänger und das ist meine größte Hoffnung, nämlich, dass sich die Akkulaufzeit im Vergleich zum Z Flip 3 deutlich verbessert hat. Nun, wir werden es sehen. Das Galaxy Z Flip 4 kommt mit einem brandneuen Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Prozessor, der einen Fokus auf einer verbesserten Energieeffizienz hat. Das lässt meine Hoffnungen nochmal weiter steigen, dass sich die Akkulaufzeit verbessern wird. Das Z Flip 4 kann mit 25 Watt schnell geladen werden. Ein Ladeadapter ist natürlich nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat gekauft werden. Mit dem 1,9 Zoll großen Außendisplay kann nun interagiert werden. Kurzantworten sind jetzt möglich, ohne das Gerät öffnen zu müssen. Leider hat sich das Außendisplay im Vergleich zu dem Vorgänger nicht vergrößert. Da hatte ich ein bisschen Hoffnung, dass Samsung da nochmal etwas weiterentwickelt. Der Fingerabdrucksensor ist wie gewohnt im Powerbutton integriert und wir haben Dual-Lautsprecher. Ich kann euch nur eins sagen, dieses Pink Gold, das sieht so elegant aus. Ich glaube, ich habe mein Lieblings-Smartphone für dieses Jahr gefunden. Ich werde mein wunderschönes Z Flip 4 jetzt als meinen Daily Driver einrichten und dann bekommt ihr in Kürze meinen Erfahrungsbericht dazu. Und deshalb abonnieren nicht vergessen. Wie immer ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.